Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, die Gier eines einzelnen Menschen ist so groß, dass das Gesamtreichtum von Indien nicht ausreicht. Also man kann ja schon aufhören, mit dem Wollen, irgendwo hat er keine Grenze, sondern ich kann nur die Grenze mir selbst setzen und sagen so, ich habe alles, was ich brauche und das genügt mir. So, ich habe alles, was ich brauche, was ich brauche und der ihr anbeten, was ich brauche. So, ich habe alles, was ich brauche und ich brauche und ich brauche, was ich brauche,